Meisterschaften in Barcelona. Mohamed Alain, das ist der Hallenweltmeister von Istanbul aus diesem Jahr. Ein erst 18-jähriger Läufer, der schon ganz, ganz tolle Zeiten gelaufen ist. Edwin Kiplagat-Melly, eines der viele neuen Gesichter von Kenia auf dieser Strecke. Dann der Top-Amerikaner im Moment, Duran Solomon, der sich verbessert hat auf 1,42,82. Unglaublich, dass das nicht reichte zu einer Medaille in London. Marcin Lewandowski, Europameister 2010 von Barcelona, der Pole. Er und Schott, starkes Duo aus Polen. Dann Rotic, ebenfalls ein junger Läufer aus Kenia, der sie alle düppiert hat, die komplette Weltklasse in Monaco, als er ganz couragiert zum Sieglieb. Dann Mark Luffy, der ist entspannt, kann er auch sein, 1.500 Meter Olympiasieger von London. Aber er kann es auch richtig gut und richtig schnell über die 800 Meter. Der zweifache Hallenweltmeister, Abubakar Kaki aus dem Sudan, der ja in der Saison sich in Schweden auffällt, hier lebt und trainiert. Und dann außen die Pacemaker, Reuben Betts und Matthew Shearer. Also sie haben gleich zwei Pacemaker organisiert. Das deutet schon darauf hin, dass man sich was vorgenommen hat, auch in Sachen Zeit. Und der Weltrekord ist ja verbessert worden von David Rodischer bei Olympia auf 1.40,91. Eine klasse, eine super Zeit. Und Amos, der junge Mann aus Botswana, der lief 1.41,73. Das sind die beiden schnellsten in diesem Jahr. Aber hier sind einige dabei, die diese Zeiten auf jeden Fall auch angreifen können. Es fällt schwer, eine Prognose abzugeben über den möglichen Sieger. Da gibt es jede Menge Kandidaten. Auf jeden Fall Amon, einer derjenigen, die man im Blick haben muss. Und ganz sicher auch Julian Salomon, den schnellen Amerikaner. Die Zeiten, die man vorgegeben hat, für die 400 Meter 49,5 und dann 1.15,5 für die 600 Meter. Shearer zunächst ganz vorne dran. Der Pacemaker aus den USA, der das ja schon eine ganze Zeit lang sehr routiniert und sehr zuverlässig erledigt, diesen Job. Der Mann im roten Trikot, das ist Julian Salomon, der 27-Jährige, der sich so enorm verbessert hat. Der war sonst eigentlich nie so ganz weit vorne bei den Amerikanern. Er war Dritter bei den Trials, aber wie gesagt, phänomenale Verbesserung auf eine Zeit unter 1,43. Was ist mit der Durchgangszeit sehr präzise erfüllt? 49,45, unglaublich schnell von Shearer. Jetzt ist es also die Aufgabe von Royben Bett, diese 1,15,5 hinzubringen auf den 600 Metern. Das ist eine sehr, sehr ambitionierte Zeit. Salomon, Kaki ist noch ganz gut dabei. Amon ist noch sehr gut unterwegs. Der junge Bursche aus Äthiopien, den wir hier an Position 4 sind. Salomon geht jetzt nach vorne. Bett, der zweite Tempomacher, geht raus. Und jetzt die entscheidenden letzten 200 Meter. Mark Luffy ist noch richtig gut hinter Salomon zu erkennen. Salomon hat jetzt sich des Angriffes zu erwehren. Der jungen Läufer, die da angreifen. Und da kommen sie. Mark Luffy, der 1500 Meter Olympiasieger, er ist vorne. Aber jetzt der Angriff von Anan. Anan aus Äthiopien, der es ja geschafft hat, vor kurzem, vor einem halben Jahr ungefähr, Rudisha mal zu schlagen. Und er gewinnt hier in 1,43,56. Mohamed Amman, der gerade mal 18-jährige Äthiopier. Mit einer Bestleistung von 1,43,20 steht er. Und naja, da ist er nicht ganz ran gelaufen. Aber es ist ein wertvoller, ein weiterer großer Sieg in seiner noch jungen Karriere. Primer Rennen, spannendes Rennen. Und Sieg für Mohamed Amman, 1,43,56. Und das zeigt er, dass er es eben auch richtig gut beherrscht, diese 800 Meter. Der Taufik Mark Luffy aus Algerien läuft hier. 1,43,71. Das ist für ihn eine neue persönliche Bestzeit über die 800 Meter. Dritter Platz dann für Rotic aus Kenia. So, das waren die 800 Meter. Und wir kommen gleich.